Was wollt ihr hier? Verschwindet! Ich hab keinen Hunger, du dumme Göre! Mach, dass du wieder nach Hause kommst! Hau ab! Aber ich... Ich brauch nichts zu essen! Los, verzieh dich! Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und ich werde es schaffen. Ich hab's meinem besten Freund geschworen. Man nennt mich Loren Ozzau. Dein Körper ist hart wie Stahl. Du bist eine einzige Klinge. Ich müsste also in der Lage sein, Eisen zu zersäbeln. Wartet mal. Ich sehe hier ein paar Leute, die nicht hierher gehören. Und wer soll das sein? Na, ihr! Du Abo! Hör auf zu heulen! Du siehst lächerlich aus. Er sieht wirklich sehr komisch aus. Seine Nase ist ja richtig viereckig. Aber warum müssen wir denn dann überhaupt knobeln? Weil dem Verlierer die Hand abgeschnitten wird. Mir ist gerade eben noch eine andere Idee gekommen. Sei bloß still! Die will ich gar nicht hören! Was? Was hast du vor? Nein! Deine blöde Blitzpistole wirkt jetzt nicht mehr auf mich. Ich hab nämlich ne Sonnenbrille auf. Idiot! Bleib cool, Sanji. Der Typ macht sich über mich lustig. Hey, Opa! Jetzt sag schon, wer du bist! Und wo wir hier sind! Und wo wir hier sind!